Achtes Kapitel Die richtige Art des Lebensunterhalts Anderen nicht schaden Vor nicht allzu langer Zeit aß ich mit einem Freund, einem jungen Schauspieler, zu Mittag. Wie die meisten Schauspieler ist er arm und nagt am Hungertuch und hofft auf seine erste große Rolle. Ich liebe die Schauspielerei, erklärte er lebhaft. Natürlich verdiene ich damit kein Geld, aber ich würde sie für nichts in der Welt aufgeben. Sie ist mein ganzes Leben. Es war klar, dass mein Freund seine Berufung gefunden hatte. Was liebst du daran, fragte ich ihn, dass ich mich dabei selbst ausdrücken kann? Was ausdrücken? Ganz gleich was, meine Emotionen. In meiner Kunst kann ich auf all das zurückgreifen, was ich erlebt habe, alles, was ich je gefühlt habe. Und es gibt nichts Bereichernderes, als auf der Bühne zu stehen und dies anderen zu vermitteln. Das ist ein einmaliges Gefühl. Unser Gespräch erinnerte mich an die Zeit, als ich noch viel jünger war und Künstler werden wollte. Ich ging vier Jahre lang auf eine Kunstakademie, was ich sehr genoss, und erhielt am Ende ein entsprechendes Diplom. Ich wurde recht geschickt im Zeichnen und im Anfertigen von Grafiken, aber mein Hauptinteresse galt der Concept Art. Mein bevorzugtes Ausdrucksmittel waren gefundene Gegenstände, und ich verbrachte viele Stunden damit sie in raffinierte Collagen und Montagen, in unvergängliche Meisterwerke, zumindest hielt ich sie dafür, zu sägen, zu kleben, zu heften, zu nähen und zu schweißen. Der Flow-Zustand, der an früherer Stelle zur Sprache kam, war mir durchaus vertraut, und ich war oft so vertieft in meiner Arbeit, dass ich jedes Zeitgefühl verlor und nicht selten bis spät in die Nacht arbeitete. Wenn ich nicht damit beschäftigt war, eine Grafik zu entwerfen oder eine Skulptur zu schaffen, saß ich mit meinen Künstlerkollegen in Coffeeshops oder Bars herum. Wir alle waren berauscht von brüderlicher Kameradschaftlichkeit oder vom Börben und schwafelten lautstark über die Kunst und das Leben. Jeder von uns war ganz und gar damit beschäftigt, seine eigene Art des Ausdrucks zu finden. Und natürlich waren unsere, ach so, originellen Stile stark von anderen Künstlern beeinflusst, die wiederum von anderen beeinflusst waren, die wiederum und so weiter. Unsere Welt war sehr in sich geschlossen, unsere Arbeit voller vager Anspielungen auf kulturelle Trivialitäten oder voller satirischer Anspielungen auf die Werke anderer oder auf obskure Insiderscherze, aber auf jeden Fall voller versteckter Bedeutungen, so versteckt, dass sie uns häufig selbst verborgen blieben. Ich war ganz aufgeregt, als eines meiner Werke von einer Jury für eine Kunstausstellung ausgewählt wurde. Stolz stand ich am Eröffnungsabend neben meinem Werk, gespannt zu hören, wie die anderen es einschätzten. Und sicher, dass man mich mit Lob überschütten würde. Eine kopulente ältere Frau mit dicken Brillengläsern, einem verschossenen bedruckten T-Shirt, dicken Schuhsohlen und einer großen Plastikeinkaufstasche blieb stehen, um sich meine Arbeit eine ganze Weile schweigend anzuschauen. Sie schaute ein wenig verwirrt rein, so, als hätte sie sich auf ihrem Weg zum Nachmittagscafé verlaufen und wisse nicht recht, wieso sie hier gelandet war. »Sind Sie der Künstler?«, fragte sie freundlich. »Ja.« Sie nickte in Richtung meines Meisterwerkes und wollte dann wissen, was bedeutet das? Eigentlich nichts, es ist einfach etwas, was ich geschaffen habe. Das entsprach durchaus der Wahrheit. Wie die meisten meiner Künstlerkollegen wollte auch ich weder eine klare Botschaft noch irgendeinen Sinn vermitteln. Unsere Schöpfungen sollten nicht belehren oder erbauen. Unsere Arbeit war lediglich eine Ansammlung von Bildern, die uns aus irgendeinem Grund zusagte. Die Bedeutung kam erst später. Es war dem Betrachter überlassen, was er über das Werk äußern wollte. Vielleicht einen wortgewaltigen Kommentar über den postmodernen, existenziellen Wert im Kampf gegen das unaufhörliche Genörgel angsterfüllter, grießgrämiger Spießer. Das ewige Spiel zwischen den gegensätzlichen Polen von Fortschrittlichen und Hinterwäldlern. Hier zum Beispiel haben wir ein wirklich cooles gelbes Ding auf diesem orangefarbenen Ding, von dem keiner so recht weiß, was es bedeutet. Aber wen kümmert das? Alles, was ein Künstler erhoffen konnte, war, dem Betrachter eine emotionale Reaktion, ein Gefühl zu entlocken. Was für eine Emotion, das war, war gleichgültig. Es konnte eine Inspiration sein oder auch Freude, Lachen, Traurigkeit, Angst, Ekel oder Wut. Ganz nach Belieben. Was man sich aussuchte, spielte kaum eine Rolle, obwohl Ekel und Wut damals hoch im Kurs standen. Die Frau fuhr fort. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Aber sicher. Nun, mir gefällt Ihr Ding. Ich meine, es ist durchaus interessant. Ich spitzte die Ohren. Verstehen Sie mich nicht falsch, sprach sie weiter. Aber ich frage mich nur, hilft das irgendjemandem? Ich hätte gerne gewusst, wozu das dient. Das war nun nicht gerade eine Frage, die dazu angetan war, meine Sympathie für die Frau zu wecken. Und außerdem eine, die einen Künstler gewöhnlich in die Defensive drängt. Und es war eine Frage, an die ich noch keinen großen Gedanken verschwendet hatte. Hm, keine Ahnung. Ich zuckte hilflos die Schultern. Aber ich freue mich, dass es Ihnen gefällt, sagte ich, und floh vor ihr, als habe sie den Ebola-Virus. Nicht lange danach gab ich die Kunst auf, um Medizin zu studieren. Um künstlerisch tätige Menschen nicht zu verletzen, sollte ich nicht unerwähnt lassen, dass ich im Laufe der Jahre den wichtigen Beitrag, den die Künste für unsere Gesellschaft und die Welt leisten, erkannte und schätzen lernte. Während all unserer bisherigen Gespräche für dieses Buch hatten wir uns hauptsächlich darauf konzentriert, unsere fundamentale Haltung zu der Arbeit, die wir tatsächlich haben, zu untersuchen. Aber da wir nun das Problem der Jobwahl und des Jobverlusts aufgeworfen hatten, waren wir von der Inneren zur Äußeren Orientierung übergegangen. Und bei unserer heutigen Zusammenkunft hatte ich das Bedürfnis, dieses Thema mit dem Dalai Lama ausführlicher zu erörtern, um die Natur der Arbeit, die man tut, und die Auswirkungen, die sie auf unser Umfeld hat, näher zu betrachten. Gestern erwähnten Sie einige der Faktoren, die man, falls möglich, in Erwägung ziehen sollte, wenn man eine Arbeit sucht. Heute würde ich gern erneut über die Berufswahl diskutieren, über die Einstellung zur Arbeit und dabei die spezifische Natur der Arbeit, die ein Mensch tut, berücksichtigen. Die längste Zeit der Menschheitsgeschichte hatten Menschen kaum die Chance, ihren Beruf frei zu wählen. Sie wurden geboren und taten normalerweise, was schon ihre Eltern getan hatten. Sie wurden Bauern oder Hirten oder Handwerker. Sie hatten also nicht sehr viele Wahlmöglichkeiten, sondern wurden in der Regel in ein bestimmtes Arbeitsumfeld hineingeboren. Das begann sich in Europa um das 16. Jahrhundert herum zu ändern, als junge Menschen anfingen, die elterlichen Höfe zu verlassen und in die Städte abwanderten. Die Menschen waren nun eher in der Lage, sich ihren Beruf selbst auszusuchen. Und diese Veränderungen nahmen im Laufe der letzten 500 Jahre schnell zu. Heute haben wir im Westen eine enorm große Auswahl an Jobs. Doch gibt es natürlich in vielen Teilen der Erde Millionen, ja Milliarden Menschen, die noch immer sehr wenige Wahlmöglichkeiten haben. Menschen, die in ländlichen Regionen und in ärmeren Ländern leben. Aber zumindest in den industrialisierten Staaten und in urbanen Gebieten gibt es ein breites Spektrum beruflicher Alternativen. Vielleicht hat sich das in den vergangenen Jahrzehnten ein wenig geändert. Aber wenn Menschen zwischen verschiedenen Jobs wählen müssen, nehmen sie oft den, in dem sie das meiste Geld verdienen. Das hat oberste Priorität. Gestern erwähnten sie noch ein paar andere Faktoren, die man berücksichtigen könnte, wenn man sich eine Arbeit sucht. Sie empfahlen zum Beispiel, lieber einen Job zu nehmen, der vielleicht nicht so gut bezahlt ist, aber immerhin erlaubt, Zeit mit der Familie und mit Freunden zu verbringen. Meine Frage an sie lautet daher, meinen sie, es gibt noch weitere Faktoren, die man in Erwägung ziehen sollte, wenn man sich eine Arbeit sucht? Faktoren, die sie bisher noch nicht genannt haben? Der Dalai Lama trank zuerst einen Schluck Tee und antwortete dann, wenn ein Mensch seine Arbeit frei wählen kann, dann sollte er im Allgemeinen eine Tätigkeit aussuchen, die seiner besonderen Veranlagung und seinem Temperament entspricht. Hier ist Selbsterkenntnis, Selbstbewusstheit erforderlich. Wir sprachen schon darüber. Und wie ich schon sagte, wird ein Mensch zufriedener und weniger frustriert in seinem Job sein, wenn er seine Kenntnisse auf dem jeweiligen Gebiet, seine Begabungen und fachspezifischen Fähigkeiten sehr genau beurteilen kann. Und wenn er sicher weiß, dass er die richtigen Qualifikationen hat. Ja, das ist wahr, stimmte ich ihm zu. Dafür gibt es auch Karriereberater, die helfen können, herauszufinden, welche natürlichen Begabungen man hat und welche Art von Arbeit für einen die passende sein könnte. Aber was ich gerne wissen würde, ist, gibt es aus Ihrer persönlichen Sicht oder vielleicht auch aus der buddhistischen Perspektive ganz allgemein noch andere Gesichtspunkte, neben Dingen wie Bezahlung oder persönliche Begabungen, die ein Mensch berücksichtigen sollte, wenn er sich einen Job sucht? Oh ja, erwiderte er sofort. Vielleicht gilt das nicht für jeden. Aber ein Faktor, dessen Berücksichtigung sehr nützlich wäre, ist der Nutzen oder Schaden, den die Arbeit hat, die man tut. Wir Buddhisten sprechen vom richtigen Lebensunterhalt. Das impliziert, dass man danach trachten sollte, eine Tätigkeit auszuüben, die anderen Menschen keinen Schaden zufügt, weder direkt noch indirekt. Der falsche Lebensunterhalt ist oft definiert worden als jede Art von Lebensunterhalt, der mit der Ausbeutung anderer aus niedrigen Beweggründen zu tun hat, wie Betrug oder Täuschung. Beim falschen Lebensunterhalt eignen sie sich etwas an, wozu sie eigentlich kein Recht haben. Sie nehmen anderen Menschen Dinge weg. Aus der Perspektive des Laien kann man es so ausdrücken. Wenn durch den Lebensunterhalt, den jemand verdient, keine direkten oder indirekten schädlichen Folgen für andere entstehen, dann kann er als richtiger Lebensunterhalt angesehen werden. Buddha hat wohl damit sagen wollen, man solle bei der Wahl seiner Arbeit darauf achten, dass man sich moralisch einwandfrei verhält. Sein Rat lautete, füge anderen keinen Schaden zu und täusche und betrüge nicht. Ihm schien es mehr, um die Art und Weise zu gehen, wie man seinen Lebensunterhalt verdient, als darum, wie viel Geld man verdient. Sie betonen, wie wichtig es ist, das potenzielle Wohl oder den Schaden herauszufinden, den man mit seiner Arbeit bewirkt, rekapitulierte ich. Dann gab ich dem Gespräch eine andere Wendung. Neulich haben sie gesagt, eine Methode, seine Arbeit in eine Berufung zu verwandeln, bestehe darin, sich bewusst zu machen, welchen umfassenderen Beitrag man damit leistet. Nehmen wir einmal an, ein Mensch langweilt sich und möchte sich deshalb die weiteren Implikationen seines Jobs bewusst machen. Statt nur an seinem Fließband zu sitzen und den ganzen Tag auf einen bestimmten Knopf zu drücken, beginnt er, sich Gedanken darüber zu machen, inwiefern seine Handlungen einen Beitrag für die Gesellschaft leisten, damit er wieder mit mehr Begeisterung an seine Arbeit gehen kann und mehr Interesse daran hat. Er beginnt also, die Dinge zu analysieren. Doch dann muss er die Entdeckung machen, dass die Arbeit, die er tut, der Umwelt letztlich Schaden zufügt. Oder sagen wir, er stellt etwas her, was zum Bau von Waffen verwendet wird. Sobald er darüber nachdenkt, erkennt er, dass seine Arbeit nicht produktiv, sondern in irgendeiner Weise destruktiv ist. Nun ist der Betreffende aber keineswegs wohlhabend. Er kann nicht so einfach kündigen und sich einen besseren Job suchen, da er eine Familie zu ernähren hat und sich in seiner Gegend nicht viele andere Unternehmen befinden. Mich interessiert nun, was Sie dazu sagen würden. Der Dalai Lama schwieg einen Augenblick lang. Instinktiv fuhr er sich mit einer Hand über seinen kahlgeschorenen Schädel, während er dieses Dilemma bedachte. Das ist eine sehr komplizierte Frage. Hierbei sind so viele Faktoren im Spiel, dass es sehr schwierig ist, einen Rat zu geben, wie man dieses Problem definitiv angehen kann. Einerseits ist zu sagen, wenn es sich herausstellt, dass Ihre Arbeit Teil der Waffenproduktion ist, und wenn Sie sich den unmittelbaren Zweck einer Waffe klar machen, werden Sie erkennen, dass sie der Zerstörung dient, dem Töten. Doch betrachten Sie das Ganze von einem globaleren Standpunkt aus, dann ist nicht zu leugnen, dass Gesellschaften aus Gründen der Sicherheit und der Verteidigung Waffen benötigen, sofern nicht ein grundlegender Wandel in allen Gesellschaften eintritt. Insbesondere für Amerikaner stellt es eine Herausforderung dar, dass es auf der Welt totalitäre Regime gibt, die gegen die Demokratie sind. Ich glaube, solange es solche Nationen gibt, muss auch die militärische Macht Amerikas vorhanden bleiben. Aber nehmen wir andererseits den Fall, der amerikanische Präsident würde seine militärische Macht für die Vernichtung oder Beseitigung eines einzelnen Menschen einsetzen, beispielsweise den politischen Führer eines gefährlichen totalitären Regimes, ich weiß nicht, ob das dann wirklich angemessen ist oder nicht. Es ist ein sehr komplexes Problem. Die Frage ist, wie ein Mensch, der in seiner Arbeit mit diesem Problem konfrontiert wird, damit umgeht. Und auch das ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Denn einerseits ist Waffenproduktion natürlich etwas Zerstörerisches. Andererseits brauchen Nationen Waffen für das Wohlergehen und die globale Sicherheit der Welt. Und in Westeuropa gibt es beispielsweise Nationen, die Waffen herstellen, sie aber hauptsächlich zu Verteidigungszwecken verwenden und keinen Missbrauch damit treiben. Und Ähnliches gilt für die Vereinigten Staaten. Auch wenn die russische Bedrohung nicht mehr existiert, bedarf es einer abschreckenden Macht, solange es ein totalitäres Regime wie China mit einer riesigen militärischen Macht gibt. Dann erhebt sich wiederum die Frage, ob die politischen Führer dieser Länder, die ihnen zur Verfügung stehende militärische Macht verantwortungsbewusst einsetzen. All das sind sehr komplexe Probleme. Und es steht einem Menschen, der moralische Bedenken wegen seiner Arbeit hat, frei sich zu fragen, inwieweit es klug wäre, seinen Job aufzugeben und wie wirksam das wäre. Denn vermutlich ist es ohne größere Bedeutung, ob ein Mensch kündigt oder weiterarbeitet. Es ist ein bisschen wie in der Geschichte der alten Tibeterin, die so wütend auf die tibetische Regierung war, dass sie der Regierung aus Protest einige Jahre lang den Rücken kehrte, was keinerlei praktische Wirkung hatte. Sie meinen also, es wäre durchaus hinnehmbar, dass ein Mensch seinen Job behält, da er erkennt, dass seine Kündigung und der Verlust seines Lebensunterhalts sich langfristig gesehen nicht lohnen, fragte ich leicht überrascht. Empfahl er etwa anderen Menschen, auch bei einer moralisch fragwürdigen Arbeit zu bleiben? Das ist sehr kompliziert. Ich kann nicht sagen, was Menschen im Allgemeinen tun sollten, denn natürlich wird das sehr vom Einzelnen abhängen. Es gibt Menschen, die wegen ihrer religiösen Überzeugungen größere Vorbehalte haben. Das ist sehr kompliziert, selbst für einen Buddhisten, der bestimmte Gelübde abgelegt hat, wonach er anderen Menschen keinen Schaden zufügen will. Sagen wir, der Betreffende ist tatsächlich Buddhist und es ist eindeutig moralisch besser für diesen Menschen, die potenzielle zerstörerische Wirkung der Unternehmung, an der er beteiligt ist, wahrzunehmen. Nun muss er entscheiden, ob er den nächsten Schritt machen möchte, der darin besteht, zu kündigen. Und zwar trotz der Erkenntnis, dass er durch seine Kündigung gar nichts ausrichtet und dass die eigene Familie infolge der Kündigung vielleicht Not leiden wird. Zuvor haben wir über den Fall gesprochen, wo Menschen in der Lage sind, die Art der Arbeit, die sie tun, frei zu wählen und deshalb eine Arbeit wählen, die anderen nicht schadet, weder direkt noch indirekt. Aber dies ist ein Fall, wo ein Mensch bereits eine Beschäftigung hat, jedoch später entdecken muss, dass seine Arbeit indirekt Schaden anrichtet. Man muss also jeden Fall gesondert sehen und alle Variablen berücksichtigen. Das Ausmaß des Schadens, die jeweiligen Werte des Menschen und so weiter. Und hier kommen die individuellen Unterschiede zum Tragen. Ich wollte wissen, ob auch kulturelle Unterschiede eine Rolle spielten. Gibt es Ihrer Erfahrung nach auch kulturelle Unterschiede in der Haltung zur Arbeit, so wie es individuelle Unterschiede gibt? Unterscheiden sich in dieser Hinsicht die östlichen oder asiatischen Länder von den westlichen? Und sehen beispielsweise die Tibeter Arbeit anders als die Amerikaner, Europäer oder Menschen aus anderen Kulturen? Zunächst einmal glaube ich, dass es gefährlich ist, die Dinge allzu sehr zu verallgemeinern, meinte der Dalai Lama. Indem man sagt, östliche Menschen denken so, westliche Menschen denken anders, als ob alle Menschen, die aus einer bestimmten Region kommen, gleich wären. Aber natürlich lässt sich gar nicht bestreiten, dass individuelle Unterschiede existieren. Vermutlich gibt es lokale, nationale, regionale und kulturelle Unterschiede in der Haltung zur Arbeit. Und das mag einen Einfluss darauf haben, wie zufrieden die Menschen jeweils sind. Beispielsweise gibt es in Indien bestimmte Arbeiten, wie das Bedienen in Restaurants, die als erniedrigend gelten. Und diese Einstellung teilen auch die in Indien lebenden Tibeter. Ich habe Tibeter kennengelernt, die in irgendwelchen Büros der Regierung arbeiteten und für die es niemals in Frage gekommen wäre, in einem Restaurant zu arbeiten. Aber dann emigrierten sie in die Vereinigten Staaten und waren bereit, als Tellerwäscher in Restaurants zu arbeiten. Sie waren sehr zufrieden mit dieser Tätigkeit. Anscheinend war sie ihnen nur dann peinlich, wenn andere Tibeter in das Restaurant kamen. Das ist deshalb so, weil eine solche Arbeit in Amerika als weniger erniedrigend angesehen wird. Das zeigt, wie die Kultur, die uns umgibt, einen Einfluss darauf haben kann, wie zufrieden wir mit unserer Arbeit sind. Nun, ich bin mir nicht sicher, ob es in Amerika nicht doch auch Vorurteile gegen bestimmte Tätigkeiten gibt, wandte ich ein. Ich glaube, selbst in den Vereinigten Staaten gibt es kulturelle Vorurteile gegen manche Arten von Arbeit. Man wird weitgehend nach dem Status des Jobs beurteilt. Aber in Indien ist es viel schlimmer, konterte er. Dort gibt es viel mehr Vorurteile gegen solche Tätigkeiten und ich glaube, in westlichen kapitalistischen Gesellschaften wird man mehr nach der Menge des Geldes, die man verdient, beurteilt, als nach der Art des Jobs, den man hat. Wenn Tellerwäscher immer sehr viel Geld verdienten, würde die Tätigkeit nicht als erniedrigend angesehen werden. Geld ist also der entscheidende Faktor. In Indien und auch in anderen Ländern dagegen gibt es Vorurteile gegen bestimmte Tätigkeiten an sich, wenn sie mit einer dienenden Stellung zu tun haben. Ich glaube, die Tatsache, dass Freiheit und Gleichheit in Amerika so hoch gehalten werden, verringert bis zu einem gewissen Grade das Vorurteil gegen solche Jobs. Zumindest, solange die Arbeit ehrlich ist. In diesem Fall ist der Mensch wichtiger als der Job. Als ich zum Beispiel den ehemaligen Präsidenten Jimmy Carter in seinem Haus besuchte, war ich überrascht, dass, abgesehen von einem Sicherheitsbeamten draußen, nichts auf sein früheres Amt hindeutete. Er war sehr einfach eingerichtet, besorgte seinen Haushalt selbst, sogar das Kochen und all die anderen Dinge. Und dasselbe stellte ich fest, als ich Präsident Václav Havel in der Tschechischen Republik besuchte. Er lebt äußerst bescheiden, geht selbst an die Tür, wenn es klingelt und so weiter. In Indien wäre es nahezu unvorstellbar, dass ein ehemaliger Präsident des Landes solche Dinge tut. Er hat für alles seine Diener. Kochen, ja, selbst das Zubereiten von einer Tasse Tee, solche Tätigkeiten würden in Indien für einen hohen Regierungsbeamten als zu erniedrigend angesehen werden. Das ist eine kulturbedingte Einstellung. In Asien sind selbst innerhalb ein und derselben Region kulturelle Unterschiede zu beobachten. Es ist durchaus möglich, dass die Japaner, die Chinesen und die Tibeter eine ganz unterschiedliche Einstellung zur Arbeit haben. Dies gilt vermutlich besonders für Chinesen und Tibeter. Die Chinesen scheinen mehr am Geld interessiert zu sein, wohingegen die Tibeter zwar vielleicht Geld für ihre Dienste nehmen, aber auch das traditionelle tibetische Gerstenbier Chang oder andere Dinge als Bezahlung akzeptieren. Nehmen Sie einen chinesischen Schneider und einen tibetischen Schneider. Beide müssen Geld verdienen, um zu leben. Aber vermutlich sehen Sie den Chinesen Tag und Nacht arbeiten, im Bestreben immer mehr Geld anzuhäufen. Bei den Tibetern dagegen ist Geld im Allgemeinen nicht so wichtig, glaube ich. Sie neigen eher dazu, auf Geld zu verzichten, um mehr Freizeit zu haben, Zeit mit ihren Familien zu verbringen. Natürlich ist es durchaus möglich, dass der chinesische Arbeiter reich wird. Der Tibeter wird vermutlich zwar nicht reich werden, doch er scheint die Zeit, die er mit seiner Familie und mit anderen Dingen verbringt, nicht opfern zu wollen, um mehr Geld zu verdienen. Für ihn ist die allgemeine Zufriedenheit wichtiger. Ich glaube, es ist gut, dass sie die Frage der kulturellen Unterschiede aufgeworfen haben, da die Art und Weise, mit dem Job umzugehen und die Haltung zur Arbeit von einer Kultur zur anderen sehr variieren können. Diese Unterschiede können tief in einer Kultur verwurzelt sein. Zum Beispiel denke ich, dass die Menschen in wärmeren Gegenden, wo Früchte und Gemüse gut gedeihen und wo das Wetter angenehm ist, eine entspanntere Lebensweise haben. Sie legen mehr Wert auf Freizeit und haben kürzere Arbeitszeiten. Ein kälteres Klima hingegen, in dem härtere Bedingungen herrschen, wo das Überleben schwieriger ist, hat möglicherweise dazu beigetragen, Kulturen hervorzubringen, die viel mehr Wert auf harte Arbeit legten. In nördlichen Klimazonen mussten die Menschen neue Wege finden, um das Überleben zu erleichtern. Sie entwickelten die Fähigkeit, Seerouten zu befahren und schließlich Industrien, Wissenschaften, Technologien. Zumindest ist das meine Überzeugung. Jedenfalls sollten wir in unseren Diskussionen nicht vergessen, dass wir die Arbeit hier mehr vom Standpunkt der modernen, industrialisierten Gesellschaften aus erörtern. Daher sind manche Probleme, mit denen wir uns beschäftigen, nicht wirklich auf eine so ganz andere Gesellschaft zu übertragen. Zum Beispiel auf die traditionelle tibetische Gesellschaft. Auch wenn einiges von der westlichen Einstellung zur Arbeit vielleicht nicht für die tibetische Gesellschaft gilt und umgekehrt, würde ich dennoch gerne wissen, ob bestimmte Aspekte der tibetischen Haltung oder bestimmte Praktiken auch für unsere westliche Gesellschaft sinnvoll seien und unserem Wohl dienen könnten. Sie erwähnten beispielsweise die buddhistische Auffassung vom richtigen Lebensunterhalt. Tibet war ein durch und durch buddhistisches Land. Daher frage ich mich, wie diese Prinzipien in der Gesellschaft verankert waren. Beispielsweise der Brauch, sich eine Arbeit zu suchen, die keinen Schaden anrichtete. Gehe ich recht in der Annahme, dass diese Überlegungen bei der Arbeitswahl sehr wichtig waren? fragte ich. In der traditionellen Gesellschaft ergriffen die meisten Menschen ganz automatisch die Berufe, die auch ihre Familien ausgeübt hatten. Es waren die Berufe, die ich schon erwähnt habe, Nomaden, Bauern, Händler und so weiter. Aber es gab natürlich auch Menschen, die Arbeiten verrichteten, die mit dem Prinzip keinen Schaden zuzufügen nicht vereinbar waren, weil sie Schlachter waren oder Metallschmiede, die Schwerter herstellten und so weiter. Und auch diese Berufe waren im Allgemeinen erblich. Ich widerstand seiner Aufforderung meine Vision von einer vollkommenen Shangri-La, einem paradiesischen Ort aufzugeben, wo jeder heiter und glücklich mit einer nützlichen gewaltlosen Arbeit beschäftigt war und fuhr fort, wo wir gerade über die Arbeit und über die Durchführung des Diktums keinen Schaden zuzufügen sprechen. Ich las einmal in einem Buch, dass sie gesagt hätten, es habe eine Regel in Tibet gegeben, wonach jede neue Erfindung garantiert dem Wohl anderer dienen musste. oder für mindestens sieben Generationen zumindest nicht schädlich sein durfte. Auf dem Gesicht des Dalai Lama zeigte sich Überraschung. Davon habe ich noch nie gehört. Nun war es an mir überrascht zu sein. Stimmt das nicht? Es wurde ihnen zugeschrieben. Er zuckte die Schultern und lachte. Ich weiß nicht, wer dies geschrieben hat. Vielleicht war es einer der sogenannten Experten für Tibet. Manche dieser westlichen Experten wissen offenbar Dinge, von denen selbst wir Tibeter keine Kenntnis haben. Dennoch scheint es bestimmte Praktiken und Grundsätze gegeben zu haben, nach denen die tibetischen Regierungen verfuhren. Und die zeigten, dass bestimmte buddhistische Ideale in die Praxis umgesetzt wurden, wie zum Beispiel das buddhistische Prinzip der Achtung vor der Natur, insbesondere vor der Welt der Tiere. Zum Beispiel lebten früher alle Gemeinschaften, die in der Ich hatte immer angenommen, man habe bei ihnen eine Ausnahme gemacht und ihnen erlaubt zu fischen. Doch vor kurzem hörte ich von einem Prinzip, das während der Zeit des fünften Dalai Lama befolgt wurde und wonach man sie davon abhielt zu fischen. Um sie für eine besonders ergiebige Fischsaison zu entschädigen, schlossen sich einige andere Gemeinschaften zusammen und stellten ihnen den Gegenwert in Korn zur Verfügung, sodass der Verlust aufgewogen wurde. Und es gibt noch einen ähnlichen Fall. In der Gegend, in der Nähe des Berges Kailas liegt der Manassarovar See. Und während einer bestimmten Jahreszeit ziehen viele Wasservögel dorthin. Sie legen ihre Eier am Seeufer ab. Und offenbar gab es auch hier einen Erlass der Regierung, wonach während der Lege- und Brutzeit Wächter bestimmt werden mussten, um auf diese Eier aufzupassen. Natürlich mag es Menschen gegeben haben, die nicht nur den dafür bezahlten Lohn nahmen, sondern auch noch ein paar Eier. Solche Dinge kommen eben vor, aber im Großen und Ganzen existiert die Grundhaltung, keinen Schaden zufügen zu wollen. Allerdings befolgte man selbst im Tibet das Prinzip mit der Arbeit niemandem zu schaden nicht immer. Fleisch essen, also mussten Tiere getötet werden, um sie mit Fleisch zu versorgen. Dennoch war dieses Prinzip tief im Volk verwurzelt. Ich glaube, das ist etwas, was auch für den Westen gelten könnte. Obwohl nicht jeder viele Wahlmöglichkeiten in Bezug auf seine Arbeit hat, halte ich es für gut, ernsthaft darüber nachzudenken, welche Art Arbeit man eigentlich tut und welchen Einfluss sie auf andere Menschen hat. wo viele Menschen die Chance haben, sich ihre Arbeit selbst auszusuchen, ist es wohl am besten, eine Arbeit zu wählen, mit der man anderen keinen Schaden zufügt und sie weder ausbeutet noch betrügt, weder direkt noch indirekt. Ich halte das für das Beste. Damit fügte der Dalai Lama unserer Erörterung über die Frage nach dem Glück in der Arbeit eine letzte Komponente hinzu, einen aus buddhistischer Perspektive sehr wichtigen Faktor. Er empfahl zu prüfen, welche Auswirkung die eigene Arbeit auf andere hat und sich zu vergewissern, dass man mit seiner Arbeit anderen nicht schadet, zumindest nicht absichtlich. Zu einem früheren Zeitpunkt hatten wir über die unterschiedliche Einstellung, die man zur Arbeit haben kann, gesprochen und darüber, dass Menschen, die ihre Arbeit als Berufung betrachten, eindeutig zufriedener sind. Menschen, die ihre Arbeit lieben und die sie auch dann weiterhin tun würden, wenn sie nicht dafür bezahlt würden, sofern sie es sich leisten könnten, die völlig in ihre Arbeit aufgehen, die ihre Arbeit mit ihren Werten, ihrem Leben und ihrem ganzen Wesen in Einklang bringen, diese Menschen haben eine Berufung. Solche Menschen betrachten ihre Arbeit als sinnvoll, sehen ein weiterreichendes Ziel darin und leisten im Idealfalle sogar einen Beitrag für das Wohl der Gesellschaft oder der Welt. Doch trotzdem genügt dies aus der Sicht des Dalai Lama nicht, um langfristig zufrieden zu bleiben. Warum? Stellen Sie sich einen Computerhacker vor, der hart arbeitet, um in die Sicherheitssysteme einzubrechen und anderer Leute Gelder zu stehlen und dabei Millionen Computerviren ausschickt. Dieser Mensch liebt vielleicht, was er tut. Er bringt ganze Stunden im Zustand des Flow zu, meistert schwierigste Herausforderungen mit all seinem Talent und Wissen, mit seiner ganzen Kreativität und seinem ganzen Einfallsreichtum. Computer sind sein Leben und vielleicht stimmt seine Arbeit sogar vollkommen mit seinen inneren Werten überein. In seinem Fall ein Wertesystem, das auf der uralten Philosophie beruht, was kümmern mich die anderen, ich nehme, was ich kriegen kann, ich frage niemanden zuvor um Erlaubnis. Und ganz bestimmt haben seine Anstrengungen weitreichende Auswirkungen, denn es ist durchaus möglich, dass er Millionen Menschen einen verheerenden Schaden zufügt, wenn Computer auf der ganzen Welt abstürzen. Auch dieser Mensch hat eine Berufung. Und dies trifft auch auf viele professionelle Verbrecher zu, Betrüger und andere Leute, denen ihre Aktivitäten einen solchen Kick verschaffen, dass niemals eine andere Arbeit für sie in Frage käme. Es sei denn, sie würden vom Rechtssystem dazu gezwungen oder würden durch irgendeinen Umstand eine bedeutende Wandlung ihrer Einstellung und inneren Werte durchmachen. Unter diesem Aspekt ist es sogar denkbar, dass ein Aufseher in Auschwitz in seinem bösen, deformierten Geist seine Arbeit als Berufung ansah und meinte, er leiste einen Beitrag zum Wohle der Welt. Es ist nicht zu leugnen, dass auch Menschen, die etwas tun, mit dem sie anderen bewusst Schaden zufügen, sich zeitweilig zufrieden fühlen können. Aber vom Standpunkt des Dalai Lama aus sind die Geistesverfassungen, die zu destruktiven Aktivitäten führen, Geistesverfassungen wie ungezügelte Habgier, Feindseligkeit, Wut oder auch Hass, ganz einfach unvereinbar mit langfristigem Glück. Natürlich sind die von mir angeführten Beispiele von Verbrechern oder Völkermord Fanatikern sehr extreme Fälle. Und wie der Dalai Lama oft sagt, ist das Leben komplex. Folglich kann eine Arbeit in unterschiedlichem Ausmaß Schaden bringen oder dem Wohldienen. Und manchmal sind die Grenzen fließend. Aber wenn wir unser Glück langfristig sichern wollen, können wir damit beginnen, dass wir uns bewusst machen, welche Auswirkung unsere Arbeit auf andere hat. Im Laufe der Jahre habe ich zuweilen erlebt, dass der Dalai Lama gebeten wurde, seine Philosophie in einem einzigen fundamentalen Prinzip zusammenzufassen. Auf diese schwierige Bitte erwidert er oft, wenn du kannst, diene anderen, wenn nicht, unterlasse es, ihnen zu schaden. Wenn wir in unserem Beruf nach diesem Grundsatz handeln können, sind wir auf dem besten Weg, die Glücksregeln in unserem Alltag zu verwirklichen.